Schönen guten Tag, werte Leute, werte Abonnenten, werte Freunde, werte Zuseher. So Leute, ich habe euch ja gesagt, ich will hier so ein Special machen, so ein 100 Abonnenten-Special und habe mir aber ganz gut einfallen lassen. Ich habe mir nämlich einfallen lassen, dass ihr die Möglichkeit habt, euch in mein Special, was denn kommt, ja, ihr könnt damit bei sein. Und zwar wisst ihr da wie, ganz einfach mal. Ihr könnt Fragen, 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 Fragen stellen und ich antworte, 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 antworte darauf. Also habt ihr die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Egal was ihr mir für Fragen stellen wollt, ich beantworte jede Frage. Jede Frage, die ihr mir stellt, bekommt eine Antwort. Was das für Fragen sind, Leute, das kann ich euch nicht sagen, weil ich die ja nicht weiß. Das müsst ihr ja wissen, was ihr mir fragen wollt. Also, fragt, 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 fragt. Und ich antworte, 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 antworte darauf. Ja? Achso, äh, noch was. Wenn ihr Fragen stellt, dann stellt mir mindestens eine Frage. Aber höchstens drei. Also mehr nicht, okay? Denn das wird mir dann einfach mal zu viel, ja? Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Also, fragt, 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 fragt und bekommt von mir Antworten, antworte, antworte, antworte. In diesem Sinne, habt euch wohl. Bis dann. Tschau, Lieben.